Hallo Freunde, hier ist der Levis Cars 12. Ich begrüße euch zu einem Nightwalk. Die heutige Edition ist aus dem Royal Wings Hotel in Lara Antalya in der Türkei. Fangen wir gleich mal an. So, das ist hier. Hier geht es in den Zimmern. Da ist die Rezeption. Und zu den Aufzügen runter. So. Jetzt geht es erstmal runter hier. Aufzug. Hier ist eins. Hier ist der Foto Shop. Klamottenladen. Und... ...Schwuckladen. Da geht es um Restaurant. Restaurant. Das ist schon mal. Das ist schon mal. So. Da ist das Hotel. Morgen. Wir haben sich gerade gefragt, was ich Bingo spiele. Naja. Ich habe jetzt keine Lust auf Bingo. Morgen. 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 Da sind die Pools. Freunde. Und... Jetzt gehen wir zu dieser Show. Mal gucken. Heute war typischer Abend. Morgen. So Leute. Jetzt sind wir am Strand. Und... Natürlich kann man jetzt kaum was erkennen. Schauen, ob wir sowieso was erkennen. Nein. Aber die anderen Hotels müssten erkennbar sein. Der Steg ist natürlich aufgebaut im Frühling. Sommer. Nachts. Ja. Der türkische Abend. war lecker und die Shows waren auch nicht schlecht, also besser als letztes Mal. Es wird leider nur ein wichtiges Detail, das ist eine Bauchtänzerin. So Leute, jetzt sind wir direkt auf dem Meer, auf dem Steg. Freunde, da geht es tief runter, aber das Meer ist gar nicht so tief, ehrlich gesagt. Also hier kann man eigentlich stehen. Ich zeige euch mal die Nachtpromenade von Lara, Freunde. Jetzt gehen wir ein bisschen ran. So, da haben wir einmal das Adalia, auch ein sehr gutes Hotel. Da waren wir ja vor kurzem erst, das Mellas daneben. Dann haben wir hier das Royal Holder Palace, da waren wir im Dezember. Auch ein Top Hotel, dahinter der Stern von Singinius. Dann kommt lange nichts. Ja, unser Hotel ist leider wenig beleuchtet, Freunde. Da sehen wir nur so ein paar Lichter aus den Zimmern, mehr auch nicht. Das hier ist das Charlotte Breeze. Dann geht es weiter hier mit anderen Hotels. Dann natürlich, oh, was sah das denn? Das sah aus wie so ein Glühwürmchen. Und dann haben wir hier die schönen Türme von Delfin Palace und Delfin Imperial. Und so weiter. Also, dann geht es so weiter halt. Ja, das ist ganz angenehm, Freunde. Ich glaube, man hört die Wellen rauschen. Natürlich die Stühle hier und die Schirmchen. Hier fehlt eigentlich eine Bar oben drauf, dass man nicht über zum Strand laufen muss. Jetzt machen wir die türkische Klage. Gehen wir mal weiter hier. Ich denke mal, wie die Palmen haben sie drauf getan. Sieht schön aus. Hier ist der Strand vom Royal Wings. Und da kennt man die Wellen. Jo. Cool. So, da ist der Weg zum Strand. Und dann die Cool Bar. Schöne Palmen. Auf jeden Fall. Und da ist das Hotel Royal Wings. Leute. Ja. 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 So, Freunde, jetzt gehen wir ins Hotel rein. und ich hoffe dieses Night of Walk hat euch gefallen. Ach man lief kaum noch was und jetzt bleiben wir erstmal hier. Wieder reingehen und dann seht ihr die einzelnen Abende mit diversen internationalen Gerichten. Hallo. Hallo. Und heute war Türkler Abend, Freunde. So, jetzt geh ich mal zur Lobbybar um die Folie auszutreten. Das war's für mich. Bye Bye. Tschüss. 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 Tschüss.